Das muss man erstmal hier an so ein Profi de Bue bringen, was der Wiedenberg hier gezeigt hat, John Wiedenberg, natürlich auch der Vater Arda Gazal, 1904 mal ein selbst internationaler deutscher Meister, hochzufrieden. Da werden wir gefeiert von Papa und Alexander Petkovic. TKO im Alter von 16 Jahren heute Abend hier, John Wiedenberg!